Wir haben Musik, wir haben Tanz, es erwarten die Münchner aber auch Dinge wie beispielsweise das Handwerkerdorf, wo das Handwerk in Ständen vorstellt, wie sich dieses Handwerk auch wirklich darstellt, wie es wirklich in der täglichen Arbeit sich darstellt. Dann haben wir auch das Bayerisch-Eirische Fest, mittlerweile auch ganz große Tradition. Ich kann nur einladen zu sagen, liebe Münchnerinnen, liebe Gäste, kommen Sie zu uns in die Innenstadt, feiern Sie mit München zusammen den 861. Geburtstag. Wir freuen uns auf Sie.